Was macht einen Hüter zum Hüter? Der erste Atemzug bringt keine Erinnerung an unsere Vergangenheit zurück. Und doch werden wir unaufhaltsam vom Licht angezogen. Wir kämpfen, wir sterben und wir erwachen erneut. Wir wissen, dass wir nicht ohne Grund auserwählt wurden. Von einer höheren Macht. Soweit sich das Reich der Menschheit einst erstreckte, so wertvoll sind die wenigen Verbliebenen. Was sie brauchen, sind Hoffnung und eine neue Heimat. Dazu wurden wir auserkoren. Um für unsere Zukunft zu kämpfen. Um unsere Zukunft zu beschützen. Das Feuer eines jeden neuen Kampfes lodert in uns. Und wir alle geben unser Bestes, damit wir für die kommende Schlacht gestählt sind. Was wir erschaffen haben, ist nur der Anfang. Ein Symbol für unsere Möglichkeiten. Es zeigt, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Doch es wird ein Tag kommen, an dem wir auf die Probe gestellt werden. An dem alles, was wir sind, in Gefahr sein wird. Dann wird sich zeigen, ob wir unser Schicksal erfüllen können. Vorbestellen und Beta-Vorabzugang erhalten. Nein! 됐! που bei bei